SK Audio Es ist der 23. Dezember. Herzlich willkommen zu Kalter Winter, heiße Spuren, deinem Krimi-Adventskalender. Sherlock Holmes ermittelt in Bestform im Fall des gestohlenen Beryl-Diadems. Heute hörst du den fünften Teil des Hörbuchs. Gestern in der Folge hat Holmes im und um das Haus von Bankier Alexander Holder ermittelt, denn er hat ernsthafte Zweifel daran, dass Holders Sohn Arthur der Dieb der Beryl-Steine ist. Heute verschwindet Holmes dann, ohne Dr. Watson zu erklären, was er im Schilde führt, und wir kommen mit großen Schritten der Auflösung des Falls näher. Aber hör selbst, viel Spaß mit Türchen Nummer 23. Arthur Conan Doyle Das Beryl-Diadem Ein Fall für Sherlock Holmes Gelesen von Stefan Kronbach Ich erkannte klar, dass mein Freund sich nunmehr seine Ansicht über den Fall gebildet hatte, obwohl ich mir von seinen Schlussfolgerungen auch nicht einmal eine dunkle Vorstellung machen konnte. Mehrmals bemühte ich mich auf unserer Heimfahrt, ihn darüber auszufragen, aber er ging immer wieder unmerklich auf ein anderes Thema über, bis ich es schließlich als hoffnungslos aufgab. Vor drei Uhr befanden wir uns bereits wieder zu Hause. Holmes eilte auf sein Zimmer und erschien schon nach wenigen Minuten wieder in der Verkleidung eines gewöhnlichen Trödlers. Mit seinem aufgeschlagenen Kragen, dem ausgewaschenen, fadenscheinigen Rock, einem roten Halstuch und abgetragenen Stiefeln war er ein vollendetes Muster dieser Menschenklasse. Ich denke, so wird es gehen, sagte er, in den Spiegel über dem Kamin blickend. Ich wünschte nur, du könntest mich begleiten, Watson, aber ich glaube, es geht wohl doch nicht an. Jedenfalls werde ich bald wissen, ob ich auf der richtigen Spur bin oder einem Irrlicht nachjage. Ich hoffe, in ein paar Stunden wieder da zu sein. Er steckte sich ein belegtes Brötchen in die Tasche und machte sich auf den Weg. Ich hatte eben meinen Tee getrunken, als er wieder eintraf. In ausgezeichneter Laune, einen alten Zugstiefel in der Hand schwingend, den er sofort in eine Ecke warf, um sich eine Tasse Tee einzuschenken. Ich bin nur im Vorbeigehen schnell auf einen Augenblick hereingekommen. Ich muss so gleich weiter. Wohin? Hinüber, zur anderen Seite des West Ends. Ich bleibe vielleicht ziemlich lange aus. Warte nicht auf mich, falls ich spät heimkomme. Wie macht sich die Sache? Ganz leidlich, kann nicht klagen. Ich bin seither draußen in Stratham gewesen, aber ohne im Hause vorzusprechen. Ein hübscher kleiner Fall, den ich nicht um vieles hergäbe. Aber ich darf die Zeit nicht länger verplaudern und muss aus dieser schnöden Hülle wieder in meine anständigen Kleider schlüpfen. Sein Wesen zeigte mir, dass er mehr Grund zur Befriedigung hatte, als seine Äußerungen erraten ließen. Es zuckte in seinen Augen und auf seinen blassen Wangen zeigte sich sogar eine Spur von Farbe. Rasch ging er nach oben und schon nach wenigen Minuten hörte ich an dem Zuschlagen der Haustür, dass er sich bereits wieder an die Verfolgung des Zieles gemacht hatte, das auf seinen Scharfsinn eine so unwiderstehliche Anziehung ausübte. Ich wartete bis Mitternacht, aber er kam nicht. Ich zog mich deshalb auf mein Zimmer zurück. Es geschah nicht selten, dass er ganze Tage und Nächte ausblieb, wenn er eine Spur verfolgte. So hatte sein Ausbleiben nichts Überraschendes für mich. Wann er heimkam, weiß ich nicht. Aber als ich mich morgens zum Frühstück einfand, saß er schon mit einer Kaffeetasse in der einen Hand und einer Zeitung in der anderen ganz frisch und sorgfältig angekleidet da. Entschuldige, dass ich nicht auf dich gewartet habe, Watson, rief er mir entgegen. Aber du weißt ja, dass unser Klient heute schon zu ziemlich früher Stunde vorsprechen will. Ich glaube, es kommt eben jemand, bemerkte ich. Es ist ja schon neun Uhr vorüber. Es sollte mich nicht wundern, wenn er es wäre. Es war wirklich unsere neue Bekanntschaft, der Bankier. Ich war ganz betroffen über die Veränderung, die mit ihm vorgegangen war. Er sah schlecht und eingefallen aus, und sein Haar kam mir um eine Schattierung weißer vor. Er trat mit einer Müdigkeit und Gleichgültigkeit ein, die einen noch betrübenderen Eindruck machte als seine gestrige Aufregung und ließ sich schwer in den Armstuhl fallen, den ich ihm hinschob. Ich weiß nicht, womit ich diese harte Prüfung verdient habe, begann er. Noch vor zwei Tagen war ich ein glücklicher, wohlhabender Mann und ohne die geringste Sorge. Nun gehe ich einem einsamen, ehrlosen Alter entgegen. Ein Schlag folgt dem anderen auf dem Fuße. Meine Nichte Mary hat mich verlassen. Sie verlassen? Jawohl, ihr Bett war heute früh unberührt, ihr Zimmer leer, und auf dem Tisch im Salon lag ein Brief an mich. Gestern Abend hatte ich ihr gegenüber geäußert, aber nur aus Betrübnis, nicht im Bösen. Wenn sie meinen Jungen geheiratet hätte, so wäre er vielleicht auf gutem Wege geblieben. Es war wohl eine unbedachte Äußerung von mir. Sie spielt in dem Brief hier darauf an. Liebster Onkel, schreibt sie, ich sehe ein, dass ich dich betrübt habe und dass, wenn ich anders gehandelt hätte, dieses schreckliche Missverständnis vielleicht niemals eingetreten wäre. Mit diesem Gefühl im Herzen kann ich unter deinem Dach nicht wieder glücklich werden und muss dich daher auf immer verlassen. Mache dir keinen Kummer um meine Zukunft, denn dafür ist gesorgt. Und vor allem, forsche nicht nach mir. Es wäre vergebliche Mühe und mir ein schlechter Dienst. Im Leben wie im Tode verbleibe ich stets deine dich liebende Mary. Was kann der Brief zu bedeuten haben, Herr Holmes? Glauben Sie, dass er auf Selbstmord hindeutet? Nein, nein, kein Gedanke daran. Diese Lösung ist vielleicht die allerbeste. Ich glaube, Herr Holder, Sie sind dem Ende Ihrer Kümmernisse nahe. Was sagen Sie da? Sie haben etwas gehört, Herr Holmes. Sie haben etwas erfahren. Wo sind die Steine? Würden Ihnen tausend Pfund für das Stück zu hoch erscheinen? Ich gebe das Zehnfache dafür. So viel braucht es nicht. Mit dreitausend Pfund ist die Sache gedeckt. Um eine kleine Belohnung wird es sich freilich auch noch handeln. Haben Sie Ihr Scheckbuch bei sich? Hier ist eine Feder. Schreiben Sie lieber viertausend Pfund. Mit ganz verdutzter Miene fertigte der Bankier den verlangten Scheck aus. Holmes ging nun an sein Schreibpult, nahm ein kleines, dreieckiges Stück Gold heraus, an dem sich drei Steine befanden, und legte es auf den Tisch. Der Bankier stieß einen Freudenschrei aus und griff danach. Sie haben es, stammelte er. Ich bin gerettet. Ich bin gerettet. Werbung Ich glaube, wir sind uns einig, Sherlock Holmes ist eine absolute Legende. Arthur Conan Doyle hat mit seinen Holmes-Geschichten die Entwicklung der Kriminalliteratur geprägt und bis heute sind die Fälle absolut spannend zu lesen oder zu hören, auch wenn sie schon über 100 Jahre alt sind. Wenn du noch mehr Sherlock-Holmes-Grimis von mir vorgelesen bekommen möchtest, dann schau dir mal meinen SK-Audio-Hörbücherkanal bei Apple Podcasts an. Da findest du viele weitere Hörbücher von mir, unter anderem auch den allerersten Fall, den Sherlock Holmes in seinen jungen Jahren gelöst hat. Den Fall der Gloria Scott. Außerdem kannst du diesen Podcast dort auch ohne Werbung hören und noch bis Weihnachten bekommst du jetzt sieben Tage lang kostenlos Zugriff auf alle Premium-Inhalte. Den Link zum SK-Audio-Hörbücherkanal findest du in der Podcast-Beschreibung. Der Ausbruch seiner Freude war jetzt ebenso leidenschaftlich, wie es zuvor sein Kummer gewesen war. Sie haben noch eine Schuld zu tilgen, Herr Holder, bemerkte Holmes ziemlich ernst. Noch eine Schuld? Er griff nach einer Feder. Nennen Sie nur die Summe und ich werde sie bezahlen. Nein, die Schuld betrifft nicht mich. Ihrem Sohn schulden Sie eine recht demütige Abbitte. Der hochherzige junge Mann hat sich in dieser Sache so brav gehalten, dass ich stolz auf meinen eigenen Sohn sein würde, falls ich je einen bekommen sollte, wenn er im gleichen Fall ebenso handeln würde. Also ist Arthur nicht der Dieb? Nein, wie ich Ihnen gestern schon sagte und heute wiederhole. Sie wissen es gewiss? Dann lassen Sie uns gleich zu ihm eilen, um ihm zu sagen, dass sich der wahre Sachverhalt herausgestellt hat. Er weiß bereits alles. Sobald ich selbst in der Sache zur Klarheit gekommen war, suchte ich ihn auf. Da er sich nicht dazu verstehen wollte, mir den Hergang zu erzählen, so erzählte ich ihm denselben. Darauf konnte er nicht anders als alles zuzugeben und die wenigen Einzelheiten beizufügen, die mir noch unverständlich waren. Die Neuigkeit, die Sie heute mitgebracht haben, öffnet ihm vielleicht vollends die Lippen. So sagen Sie mir um des Himmels Willen, was ist das für ein unbegreifliches Rätsel? Das will ich und ich werde Ihnen auch sagen, was für Schritte ich getan habe, um zur Lösung zu gelangen. Vor allem lassen Sie mich Ihnen mitteilen, was für mich auszusprechen und für Sie zu hören am schmerzlichsten ist. Ihre Nichte Mary handelte im Einverständnis mit Sir George Burnwell. Sie sind jetzt zusammen entwichen. Meine Mary? Unmöglich. Es ist leider mehr als möglich. Es ist sicher. Weder sie selbst noch ihr Sohn kannten den wahren Charakter dieses Menschen, als sie ihm in ihrem häuslichen Kreise Aufnahme gewährten. Er ist eines der gefährlichsten Subjekte in ganz England. Ein heruntergekommener Spieler, ein ganz verzweifelter Schurke, ein Mensch ohne Herz und Gewissen. Ihre Nichte hat keine Ahnung davon, dass es solche Menschen auf der Welt gibt. Als er ihr seine Liebe gestand wie hundert anderen vor ihr, schmeichelte sie sich, die Einzige zu sein, die sein Herz gerührt habe. Der Teufel mag wissen, wie er es anfing, aber er brachte es dahin, dass sie zu seinem willenlosen Werkzeug wurde und fast jeden Abend mit ihm zusammentraf. Ich kann, ich will es nicht glauben, rief der Bankier mit aschfahlem Gesicht. Nun, dann will ich Ihnen erzählen, was vorletzte Nacht in Ihrem Hause vorging. Das war Teil 5 von Das Berüll-Diadem. Sherlock Holmes hat die gestohlenen Berülle also wiedergefunden. Doch wie genau er das geschafft hat und was in der Nacht des Diebstahls im Haus von Holder vor sich ging, das hörst du morgen an Heiligabend im letzten Teil des Hörbuchs. Mein Adventskalender geht langsam dem Ende zu und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir verrätst, wie er dir gefallen hat. Das kannst du mit einer Sternebewertung bei Apple Podcasts oder Spotify oder du schreibst eine Rezension oder einen Kommentar bei Apple Podcasts oder unter einer der Folgen bei YouTube. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen 23. Dezember und sage ein letztes Mal bis morgen bei kalter Winter heiße Spuren. Der Sonneucher Der Sonneucher Untertitelung des ZDF, 2020